Martin Renz Hallo Der Zeug im Dienst Seit dieser Woche Gut siehst du aus Danke Hallo Wenn ich irgendwas für dich tun kann Und? Was soll das sein? Ich weiß nicht Vielleicht Jemanden zum Reden brauchst Zum Reden? Du glaubst gar nicht Mit wie vielen Leuten Ich die letzten fünf Monate Geredet hab Mit meiner Frau Mit dem Anwalt Mit dem Seelenklempner Mit dem Pfarrer Und mit meiner Mutter Aber danke Sehr aufmerksam von dir Ich war immerhin dabei Vielleicht hätte ich auch beschossen Es spielt aber keine Rolle Was du getan hättest War noch gut gemeint Franz Vielleicht kannst du ja doch was für mich tun Ich brauch gleich noch einen Sparringspartner Der mich ordentlich die Fresse polieren kann Gleich zu Anfang Eine Niederlage Sagten da dann Seelenklempner dazu Der meint Ich soll es langsam angehen lassen Mir einfache Aufgaben suchen Das war auch Housing Das war Heilig Das war natürlich Das warvero